Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wir spielen heute eine Runde mit dem anderen neuen Specialisten. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Das haben wir gestern mit dem Spieler gespielt und heute spielen wir mit dem Schurken. Ich bin mal sehr gespannt, was der so drauf hat. Ich glaube, der hat diese angreifenden Streaks drauf, der Gegner. Da ich keine Lust auf Nuketown hatte, spielen wir jetzt auf Gauntlet. Ja, das klingt auch krass, aber gestern war es auch ein DLC-Lab, dann passt es ja ganz gut. Gauntlet. Habe ich, glaube ich, in meinem Leben auch nicht so oft gespielt. Aber wir versuchen es trotzdem. Mal, was da jetzt so geht. Also ich muss mit dem Forever Scorpion Account, mit dem DLC-Account sozusagen spielen, weil ich hier genug Kryptos hatte, mit den Schurken auszuleihen. Sonst ging das nämlich gar nicht. So, nehmen wir mal die Pharoah und eine Waffe, die ich zu zählos zeig und gerne Creed habe. Oh, die Gegner sehen echt, oh Gott, die Gegner sehen so schlimm aus. Egal, egal wie die Runde jetzt für dich, lad sie hoch. Ich will eh nur den Specialisten rausfinden, wie der funktioniert. Und ich würde sagen, let's go. Okay, komm schon, komm schon. So. So, okay. Die Pharoah ist eigentlich eine nice Waffe. Mit Schaft, Schnellziehen und Griff. Schön Headglitschen. Kommt hier jemand. Kommt eh alle durch die Mitte, oder? Alles klar, man kann hier einfach nicht mehr weiter wallrunnen. Früher konnte man dann noch absolut 200 Meter. Ja, komm, Virtuality Jack, Digga. Erstmal ein bisschen üben, wie das funktioniert gegen mich. Guck mal, was das für Gegner sind. Ich bin hier in Gunfighter gegen Scampi, Alter. Alter, die haben ja alle Hände, ich schwör's euch. Ich gebe jetzt mein Bestes einfach. Ist er runtergefallen? Ja, ich glaub's. Okay, der eine ist gequittet, der eine Tryhard. Okay, komm. Ich schwittet hier gegen die schlimmsten Tryhards der Welt. Versuchen wir mal hier lang zu gehen. Ah, hier ist einer gespawnt, aber der kann man nicht lang. Dann muss ich hier wieder... Ich riskiere einfach mal, dass die jetzt von hier kommen, Mann. Man muss in dem Spiel ja sowieso jeden Quadratzentimeter pre-aim. Ist er tot? Ich glaub schon. Alter, diese Dreckswaffe, Mann. Ich kenn die nicht mal. Ich hab die noch nie gehabt. Und ich werd auch von so oft getönt mit diesem komischen, stacheligen Boomerang. Nur Homo. Na, egal. Hauptsache, wir kriegen hier irgendwie ein... Oh, ein bisschen Aim wäre auch gut. Zum Mitnehmen, bitte. Ja, Leute. Alter. Boah, der Warrant, Alter. Das sind ja alles solche Wichser, ne? Alle haben Hände in dem Spiel. Ist einfach so. Keine Hustenpause, Leute. Alter, ich bin so am Husten, Leute. Ich bin so krank. Trotzdem wird kein Upload ausfallen. Das ist meine Mission. Ich will euch reinigen, komm. Wir sollen mal hier spawnen. Sonst ist der Reiniger absolut useless auf der Map. Er ist auch so absolut useless gegen Ghostwinter. Oder Ghostwite. Keine Ahnung. Okay, komm. Leute, seht ihr das, was für Götter im Gegner-Team sind? Das ist ja nicht mal ein Witz. Das ist ja keine Masche. Das ist ja krank. Die jumpen alle so rum. Ich bin absolut eingerostet im Moment. Und muss hier alles geben. Leute, diese Waffe. Dieser Hurensohn. Mann, das gibt's doch nicht, Alter. Guck mal, was ich hier machen muss, um einen Kill zu holen. Ich lege jetzt hier und warte, bis da einer kommt. Als ob keiner kommt. Ich werde wieder ungeduldig. Ich kann nicht mal campen, Leute. Ich bin echt schlecht zum Campen. Okay, versuchen wir es mal hier. Geh du mal vor, mein Testkaninchen. Ach, scheiß doch. Wahrscheinlich Testkaninchen, oder? Ja, der hat einen schönen One-Burst kassiert. Ja, mit der da scheiß Kriegs- Ne, die will ich nicht. Kriegsmaschinen nehme ich definitiv nicht. Guckt euch das mal an, Leute. Was ich hier für Szenen habe. So, jetzt ein bisschen Kriegsmaschine hier. Komm, spawnt weiter da. Komm. Boah, rape ich die gerade. Eieieiei. Oh mein Gott, rape ich die jetzt. Das werden die erstmal gestreakt. Nein. Was ist, wenn du die Streaks dumm einsetzt? Genauso sieht das dann aus. Da könnte aber noch einer kommen. Ich wusste es. Wie weak bist du auf einer Skala von 1 bis 1 Million? Okay, Blitzschlag. Boah, bitte kommt hier raus. Kommt schon, bitte. 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 Ja, sie bleiben natürlich alle schön drin. Ganz eklig. Das war ein Assist, alles klar. Boah, Leute, ich stehe 18 zu viel gegen solche Schwitzer. Ich bin schon stolz auf mich gerade. Ich prearme hier jede Ecke. Anders geht's nicht. Hier ist ein C4. Habt ihr mich gesehen, der Typ hier? Oh mein Gott, Leute. Okay, der fickt mich so K.O. Okay, vielleicht kann ich jetzt mal ein paar Streaks mit den sogenannten Killstreaks machen. Oh ja, da sind vielleicht sogar mal ein paar. Oh, zwei Stück und der letzte überlebt mal wieder wie durch ein Wunder. Es juckt ihn halt nicht, dass ihm eine Rakete, die keine Ahnung wie groß ist, auf seinen Kopf genau auftrifft. Okay, komm, Blitzschlag. Ja, Kriegsmaschine will ich nicht. Spawn die eh wieder hier. Ich hör's schon. Leute, wow! Respekt, Digga! Was willst du machen? Er ist einfach besser, ne? So kann ich jetzt trotzdem nochmal versuchen, hier die Specialist auszutauschen. Ich bin so weak, ich bin so weak. Wow, okay. Okay, Leute, machen wir uns das mal lustig und nehmen mal den Sperrball. Hab ich Ewigkeiten nicht benutzt. Ich glaub, ich hab den Public nur ein einziges Mal benutzt für eine Challenge auf dem Marcel-Scorpion-Kanal. Also, das hab ich auch einmal Glück gehabt hier. So, nehmen wir mal den Sperrball. Das klingt irgendwie so wie Sperma. Ist euch das schon mal aufgefallen? So, okay. Was findest du lustig? Okay, so. Die kommen jetzt von hier. Ich will einfach einen damit aufspießen. Als ob hier einer ist. Hier kommt einer, komm. Ich vereime! Ich weiß nicht mehr, wie man den benutzt, Alter. Oh mein Gott, ich rape die aber vom Aim und so grad schon gut weg. Also, Leute, ich find die Runde nice. Der Score ist zwar nicht so nice, aber ihr seht ja, was für Szenen hier manchmal vorkamen. Da kann ich schon sagen, lohnt sich eigentlich schon, die Runde hochzuladen, in meinen Augen. Soll ich noch einer sein? Ich spawner bestimmt hier. Boah, ich geh nochmal über die Mitte. Hier ist einer. Hier ist noch einer. Da. Okay, er ist tot. 96 Kills hat unser Team. Das ist gut. Also, der Specialist gefällt mir gut, muss ich sagen. Der gefällt mir gut. Da kannst du auf jeden Fall, wenn die Gegner mal nicht nur Kriegsmaschinen und Sperrbar spielen würden, sondern mal eine Sense oder so einen Tempest benutzen würden, dann würde es sogar eventuell mal was bringen, ihn zu bekommen. Aber was soll man machen, wenn die die ganze Zeit nur Kriegsmaschinen haben? Boah, das war jetzt gerade so kalkuliert mit dem Movement. Na, haben wir überhaupt noch Gegner, sind die alle gequittet? Ja, sind alle gequittet, die Tryhards, Alter. Get out of my face, Mann. 29 zu 8, das ist nicht der beste Endscore, aber bei den Gegnern denke ich mal, okay. Und das Specialist wurde auch ausgetestet. Lass gerne in der Bewertung da, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.